Eisen können wir ja gut gebrauchen, wie wir vorhin gesehen haben. So. Ach du Scheiße, zwei Skelette. So ja, Halleluja. Ja, halt du auch runter. Scheiße. Was? Drei Stück? Ja, stirb. Da, was ist denn hier los? Oh. Hallo. Hallo. Was ist das denn hier für ein... Vor allem, hier waren wir schon. Das kann ich gar nicht glauben. Da kommt halt zum Haul, Junge. Boah, ich dachte, da wäre schon einer. Wieso? Ja, hier ist nichts. Boah, aber... Das ist schon ein bisschen laut gerade gewesen. Aber nichts, irgendwas so richtig so... ...höhlenmäßiges. ...hier waren wir überall schon. Was ist denn hier los? Warum waren wir hier überall schon? Da war Rotstein. So, dann machen wir hier einen Doppelweg eben. So. So, dann nehmen wir das mal mit. Auch wieder mit der Diamantschitzhacke. Damit wir das im Nachhinein mit der Glücksspitzhacke abbauen können. Das ist wieder Lapis, Lazuli. Tippe ich einfach mal drauf. ...hör, wir bleiben da oben liegen. So, gucken wir mal, dass wir uns eben hier rüberbauen. Und ich verspreche euch, wir werden hier nicht mehr rausfinden. Vor allem jetzt, wo wir uns jetzt ja schon den Wegshalb zugebaut haben. Was geil wäre, wäre jetzt hier noch eine Schlucht. Also eine richtige Schlucht mit Minen und Systemen und allem. Da fahre ich ja voll drauf ab, also auf die Minen. Und die Minen haben wir hier noch gar nicht gefunden in unserer Map. Finde ich wirklich sehr schade, aber... Da kannst du nichts gegen machen. Okay. ...wiegendermaßen auch schon. Warum waren wir hier überall schon? Hm. Mach ich mal eben die... Wie ging das nochmal? Nee, das ist normal. Ups. Ähm. Mach mal die mal eben weg. Was war das denn mit... Nee? Nee? Also schön, ne? Haha. Passt perfekt zur Höhle. So ein bisschen... Fahrstuhlmusik. Hm. Ähm. Da... Ach. Wir wollen ja keinen Inventory-Platz verschwenden, deswegen... Ups, was war das denn jetzt? Oh. Na, mein Freund. Was? Oh. Hm. Da, da, da. Noch so ein Geselle? Höh. Ja, Reißruss, alles kaputt. Habe ich kein Problem mit. So, so, so. Ach so, da geht's runter. Super. Super. Da haben wir so einen mal wieder. Na? Feiner Herr. Oh, da haben wir Redstone. Oh, ist wieder am Gewitter. Das ist doch echt... Unfassbar. Ich würde auch schon wieder so einen Freund. Na, noch ein XP-Kügelchen. Aber ich muss sagen, so spannend ist die Hülle jetzt nicht... Oh, Gold. Gold können wir sogar vielleicht sogar wirklich mal gebrauchen. Weil, ähm, hier für Akzente setzen und sowas. Sonst mal Goldblöcke machen oder wie sowas. So. Mal hier eben... Schwimmen wir mal hier hoch. Ach, jetzt haben wir hier noch ein anderes... anderes Green Sleeves. Merke ich gerade. So. So, dann hier weiter. Ah, haben wir wieder Gold hier. Aber nicht viel, ne? Oh, mal eben Licht. Warte, wie viel Kohle hier ist. Das ist unfassbar. Aber ich mach mal eben... So. Und dann den. Damit ich immer sehe, wie lange ich aufnehme. Ich hab jetzt gerade den Player im Hintergrund gehabt. Anstatt... Oh, da seht die. Der ist vielleicht wieder bei fast einer halben Stunde. Oh, da ist... Wie schnell das geht, ne? Da weißt du Bescheid. Ach, ich hab wieder Gold. Das ist doch geil. Da geht mir das Herz auf. So. Was ist das denn? Oh. Stirbt da jemand? Hihi. Ich meine, oh nein. Die arme Fledermaus ist tot. So, 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 so. Guck mal, hier ist schon wieder Eisen. Ich will mich jetzt nicht beschweren, weil Eisen können wir gut gebrauchen. Wirklich, also wirklich gut. So. 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 Wie viel Kohle haben wir jetzt eigentlich schon? Ey, hier sind jetzt den dritten Stack dran. Boah. Krasser Scheiß. Aber ich mach mir die Map mal wieder an. Dann werden wir ungefähr mal sehen, welcher Höhe wir sind. Ohne dann dauernd hier den Scheiß hier anhaben zu müssen. So, mal sehen. Wo kommt das Wasser her? Was seh ich denn da? Ach, das ist Kohle. Das sah gerade aus wie so ein Skelett vom Weiten. Grund nehmen wir gleich mit. Wir machen aber eben hier zu und gucken, was da oben ist. Wo da unten ist. Jetzt mal, hier geht es nicht wirklich weiter. Nein. Dann wollen wir mal abgrasen. Ey, so viel Kohle ist doch geil, ist das geil, ist das geil. Ja, ich muss noch gucken. Eventuell macht der Garon auch mal wieder mit, irgendwie die Tage oder so. Und dann werd ich erstmal aufhören aufzunehmen, weil sonst hab ich echt viel zu viel. Und das wird dann alles so nicht, so voll un-up-to-date. Wisst ihr Bescheid, ne? Wisst ihr, was ich meine? Weil dann, dann frag ich hier sowas, schreibt mir in die Kommentare und dann, drei Wochen später kommt dann erst die Aufnahme, die Folge. Wo ich das sage. Und, ähm. Wir sehen manchmal momentan noch die zwei Folgen an einem Tag. Und, also so ein Mitgrund, ist das nicht der Hauptgrund? Und, Hauptgrund ist einfach, weil ich grad total Bock drauf hab. So. Wo, klettern. Ach Gott. Ach, Alter. So. Lass mich noch in Ruhe, bitte. Okay, hier ist nix. So. So, 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 hier hoch. Ach du Scheiße. Werde hier viel weiter noch. Ja, okay. Dann werden wir hier wohl doch noch ein bisschen länger drin hocken. Aber ist ja auch mal eine Abwechslung, was anderes zum immer nur Bauen. Wo wir ja gerade eher ein schönes Projekt haben. Also, ich find's ein tolles Projekt, was wir momentan haben. Oh, da ist wieder... Ein bisschen Lava und zwei tote Wildermäuse. Ein schönes Skelett. Ich seh... Ach, wir sind jetzt hier unter der Wüste sind wir hier. Boah, relativ hoch auch. So. Also Kohle mitnehmen. Ey, Halleluja. Ist das geil. So. Alter, lass du mich mal hoch. Möhn. Also, jetzt. So, dankeschön. Sanjay kann man auch ein bisschen mitnehmen, ne? Oh. Neckel, wir reißen uns die Wüste noch recht ab. Und die Wüste ist im Keller. Oh, da haben wir ja einen freundlichen Mann. Home-up. 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 Ey, warum wird mir das... Ah, okay, jetzt. Na? Alles fit? So. In die Spinne würde ich gerne wissen, wo die ist. Eisen. Warum ist denn da so hell? Ach, sag an. Wir haben einen Ausgang gefunden. Wollen wir denn schon raus? Wir gehen auch hier mal gucken, müssen gucken. Wir können erst mal rausgehen. Soll die passende Musik gerade zum rausgehen? Ähm. Was? Enderman? Ja komm, wir machen jetzt alles kaputt. Überfluten mal eben so ein bisschen was. So, oh, was ist denn hier? Okay. Dann gehen wir mal jetzt zurück zu unserer Hütten, Dorf, Dings, Stadt. Hütten, Dorf, Dings, Stadt. Okay. Au. Hm. Ich will nochmal überlegen, ob die Mauer so in Ordnung ist. Also ich bin, ich finde die geil, so verstehe ich mich jetzt nicht falsch, aber so ganz zufrieden bin ich da jetzt noch nicht mit. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, ob das so richtig gut ist. Und hier haben wir ein bisschen Fleisch liegen. Also. Ich würde sagen, haben wir denn ein paar Schnüre irgendwo. Hier mal eben das zurück weg. So, 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 so. Eisen haben wir wieder ein bisschen was, ne? So, dann gehen wir mal eben gucken. Alter, lässt du mich mal durch? Alter, lässt du mich mal durch? Alter, leck mich am Arsch. Nein! Nein! Alter, was bist du für ein Arschloch? Ich war doch gar nicht in der Nähe. Nein! Ey, meine Fresse. Diese blöden Kackdreckscreeper. Meine Fresse. Und den Knopf hat er weggerissen. Ja, leck mich am Arsch. Ja, ist unfassbar. Diese blöden Kackdreckscreeper. Ah, hier noch die Slaps. Oh Gott. Halt's den Maul da oben. Ich bin jetzt aggressiv. So. So, dann. Ich muss sagen, das sieht schon geil aus mit den Lichtern. Alter, mach mir keinen Schrecken, ja? Alter, was ist da los? Halber hatten wir lange nicht mehr, ne? Das ist andauernd so ein scheiß Wetter. Ja, leck mich fett. Was? Nein! Nein!